Das er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß und so sehr an meinem Fall interessiert. Aha. Jo, alles klar. Es ist wieder bestellt. Hier geht es nicht lang. Okay, dann müssen wir wohl das tun. Sicherheits-Alarm ausgelöst. Zutat bis auf weiteres Unterseiten. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wenn du durch den Notzugang wählst, brauchst du den Schlüssel von Dr. Steinman. Der hat das Sagen in diesem Laden hier. Ich glaube aber nicht, dass er dir einfach so überlassen wird. Mein Menschenfreund ist Dr. Steinman leider nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, wo er überhaupt noch ein Mensch ist. Jetzt haben wir mal so ein richtig geiles Ratatouille-Gewehr. Aber wie gesagt, das mit dem Schießen, wenn die stillhalten, dann geht's. Aber sonst wird's schwierig. Okay. Mein kleiner Freund. Wie bleiben wir denn noch? Ach so. Gehen wir doch auch mal zurück. Ah, warte noch. Komm her. Ja. Okay. Es geht. Okay. Na ja, neuer Versuch. Und ich, äh, krieg dich. Okay. Das liebt doch schon mal ganz gut. So. Boah. Yeah. Gern geschehen. Der Parasit hasst drei Dinge. Den freien Mark, den freien Willen und freie Menschen. Okay. Ich bin mir sicher, wie das jetzt gemeint ist mit dem Plasmiden wechseln. Also wenn wir so wechseln können und auf Plasmide geht, dann können wir so wechseln. Ah, ah, ah. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. So. Also die Handfeuerwaffe ist, äh, haut rein. Die haut jetzt noch rein. Aber wahrscheinlich wird sich das bald ändern. Sie haben mir Schönheit versprochen. Dein Mann. Ich sollte wunderschön werden. Hält sie mich aus. Hält sie mich aus. Hast dich zu sehr auf ihn verlassen, was? Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Mama. So, M. Wir sind hier. Wir können auch nur hier lang und dann können wir uns hier ein bisschen umschauen. Okay. Okay. Lützig. Der lebt also noch. Oh ja. Dann hören wir uns das Tonband mal an. Adam stellt einen Experten vor ganz neue Probleme. Wenn die Werkzeuge besser werden, werden auch die Erwartungen höher. Es gab eine Zeit, da war ich damit zufrieden, Warzen zu entfernen oder eine Missgeburt einigermaßen vorzeigbar zu machen. Damals nahmen wir noch, was wir kriegen konnten. Aber mit Adam kann man Körperformen wie Ton. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Wir müssen mit diesem Ton immer weiter und weiter töpfern, bis der Job erledigt ist. Ah, das ist so ein Teil, was mich angreift. Aua, 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 aua. So, wir können auch schnell, 40 Dollar, können wir schnell hacken. So, wir werden es einfach mal. Ich glaube, dass es nämlich für mich schwierig wird. Machen wir das so. Machen wir, ne. Machen wir das so. Geh nochmal hier. Ah, das geht nicht. Okay. Dann müssen wir das... Scheiße. Müssen wir das so setzen. Dann müssen wir das so setzen. Nein, nicht so rum. Mach weg. Äh, nach oben. Ich mach jetzt nach oben. So. Scheiße. Bin ich gerade zu blöd für. So, so. Nach oben, nach oben. So. Noch eins nach oben. Ne, so. Boah, Alter. Ich bin schön. Ich bin schön. Jawohl. Ich bin schön. Was könnte man an mir noch besser machen? Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es vielleicht doch noch eine Steigerung? Was ist, wenn ich so etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte? Meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht. Also das wird, äh, nicht leicht. Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien. Du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt. Wenn Sie schon sowas machen, sollten Sie es wenigstens ordentlich machen. Da hat sie aber allerdings recht, ne? An der Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst teilt. Und von den Bauern wollen sie aus Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Perversen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entarteten Vergnügen missbraucht wird. Bienvenido, Alamo, Alito! Panzerbrechende Munition. 60 Munition oder 60 Kosten, die? Okay, 60. Ich habe davon Kenntnis erhalten, dass einige Bewohner Mittel und Wege gefunden haben, die Ausgabeautomaten zu manipulieren. Es scheint bedauerlicherweise notwendig zu sein, die Einwohner von Rapture daran zu erinnern, dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt, auf dem unsere Gesellschaft beruht. Parasiten werden bestraft. Oh, nein! Okay, also mit Mausrad, oder? B? Alter, ich wollte Geräusche hören. Warum machst du das? Was ist denn? Sicherheitskameras. Ich kann diese Teufelsdinger überall um dich herum hören. Sie sind Ryan's Augen und Ohren. Oh, okay. Jetzt weiß ich, was du meinst. Sicherheitskamera versteckt. Ich glaube, wir können die auch elektro-bolten. Ja. Oder wir umgehen die einfach. Was die... Also wenn wir es schaffen, einen Headshot zu machen. Ein Parasit treibt sich herum. Wir bauen unsere Stadt wieder auf. Doch die Zweifler schicken jemanden her, der unsere Arbeit sabotieren soll. 1.000 Adam für denjenigen oder diejenige, die ihn zur Strecke bringen. Abfackeln. Wenn etwas in Rauch aufgehen sollte, dann heißt es, nicht zögern, sondern zünden. Geil. Setze Objekte und Kreaturen in Brand. Je öfter du es einsetzt, desto mehr Schmerzen fügst du es zu. Ab 12 Jahren aufwärts. Geil. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglow. Vorsicht! Feuer breitet sich aus. Einfach geil gemacht. Na, meine Freunde. Wunderbar. Ah, Feuer breitet sich aus fürs Schaden. Alle Wege in Rapture führen zu Ryan. Sicherheitssystem, die Splicer, die Big Daddies, die Little Sisters. Erreichert die Luft hier mit Duftstocken an. Die werden Pheromone genannt. Dadurch tanken sie alle nach seiner Pfeife. Tja, scheiße, gelaufen ist. Hä? Noch zu dem? Na komm, scheiß auf dem. Okay. Dann haben wir Feuer. War das jetzt dieser Steinman? Wahrscheinlich, weil er so viel ausgehalten hat, Oh, was ist das? Magazin. Da ist die Kamera unten. Okay, wir gucken, ob ich sie mir ziehen oder oben um. Ich glaube schon, dass da das jetzt war. Bin mir noch nicht sicher. Oh, hier ist noch ein Schrank. Das tun wir den mal. Hier ist aber auch nichts mehr. Wie gesagt, wir müssen alles Möglichste mitnehmen. Ne, hier ist nicht die Kamera. Hier geht es nur weiter runter. Doch. Ach ja, stimmt. Wir sind hier hochgegangen. Ach, hier kommen wir wieder runter. Okay. Gut. Dann kommen wir auch da wieder raus. Ich weiß, ich wollte aber nochmal nochmal gucken, was hier denn ist. Oh, der Schrank ist auch leer. Ich denke mal, dass wir es zerstören können, aber ich möchte nicht so viel Eve, äh, Dings verwenden. Äh, dann. Okay, was uns das bringt, dass wir das jetzt benutzt haben, weiß ich nicht. Oh. Hacken. Äh, mit Hacken wandelt sich ihr Körper den wenden Strom gehackt Maschine in ein. Was ist das für ein Mittel? Um Hacken und zu heilen. Du hast dein erstes Körper Tonicum erhalten. Erste Körper Tonicum erhalten. machen dich stärker und, äh, mächtiger. Sie werden, äh, gesondert von Plasminen und anderen Tonicum-Typen installiert. Okay, setzen wir jetzt einfach. Jedes Mal, wenn, wenn sie etwas hacken, erhalten sie ein wenig Gesundheit und Eve. Hammer. Geil. Hat er das anscheinend gefressen. Hm, kann man mal machen. Komm mal, Tür. So, Koffee. Koffee, Koffee, Koffee. Tonband. Als Picasso die Porträtmalerei zu eintönig wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt. Man nannte ihn ein Genie. Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den gleichen langweiligen Formen. Wieder und wieder. Die begradigte Nase, das markante Kinn, die wohlgeformten Brüste. Wäre es nicht wunderbar, wenn ich das, was der alte Spanier mit dem Pinsel tat, mit dem Messer tun könnte? Wie krank ist der denn? Höh? Wo kommst du da beim Herrgesprung? Ich denke mal, das wäre mit dem Blasid. Aha. Gut. Die Physics Engine. Alter, wie die einfach weiterkämpfen, wenn die brennen, ne? Das juckt die gar nicht. Der Alkohol wird nicht alleine getrunken. Au, 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 au. Da ist ein Safe. Was machen wir zum Beispiel, Mann? Oder hackt man? Okay, wir probieren es einfach mal. 10 Dollar? Komm. Weil, 10 Dollar können wir uns leisten. Ähm, Safe. Hacken. Uh, ha. Okay. Alter. What the fuck? So schnell. Alter, 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 alter. Nein. Wo muss es überhaupt hin? Warte mal, warte mal, warte mal. Alter. Das habe ich mir schon gedacht, dass das schwierig wird. Wo muss es denn da hin? Hier hin. Okay. Nein. Was war das denn? Ja, ist ja gut. Alter, ich bin gleich down. Alter, was ist denn da los? Okay. Also, ganz ruhig. Das... Nein! Oh mein Gott, ey. Ich habe gewusst, dass ich das hassen werde, ne? Wo ist denn, was ich brauche? Alter, leck mich doch am Arsch, ey. Ich kriege es nicht hin. Hacken. Ich bin zu blöd, Alter. So. Mach das doch mal auf. So. So. Noch so ein Gratis-Teil. So. Um die Kurve. Mein Gott, Alter. Mein Fresse, ey. Tracksafe. Wie gesagt, das... Flo wird sich jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf schlagen und denken, oh, hör mal. So dufe einer. Ja, sorry. Ich habe es halt noch nie gemacht. Wirklich. Ich muss da erst reinkommen. Oh. Das war nice. Komm mal. Techniktonika gesammelt. Neues Tonikum-Zirrückte. Security-Expert ist die neue Ergänzung der Hacksmart-Produkt-Palette. Mein Gott. Und wurde entwickelt für Hacker, die sich auf die Deaktivierung elektronischer Sicherheitsmaßnahmen spezialisiert haben. Okay. Was wir jetzt da alles noch haben, weiß ich genau gar nicht, ehrlich gesagt. Schaut ein bisschen traurig aus. Gott, ey. Das mit dem Hacken wird noch lustig, Leute. Den Elektrobolt hier sich jetzt einen selber zu wischen, ist nicht so gut. Warum haltet ihr so viel aus? Wo rennst du denn hin, Kollege? Ich bin doch hier. Was bist du für den Spass? Wie der sich versteckt hat, der Elende. Okay. Haben wir auch das gefunden. Hier waren wir schon. So, hier fahren wir schon. Woher sie sich versteckt haben. Ich muss gar nicht was wissen. Ich muss erst mal einen Heidschock. Ich will da hin. Gleich erst mal die Waffe zücken, gell? Naja. Schatze-Munition. Bisschen Eif. Aufschreiben. Moment. Ich habe hier doch extra ein Blatt und Papier. So. 0 schreibe mir trotzdem auf. 0, 4, 5, 1. Das ist bestimmt noch wichtig für ein Safe oder so. Das ist aber großzügig gewesen. So. Hier. Was war das jetzt? Nur...